Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Mist of Andaria mit meinem Wönch und mir dem Yoshi aus der, noch aus der Toulon-Stütze. So weit, aber schön. Die Bäume hier. Licht. Jetzt. Achso, komm mal. Gut. Dann gehen wir mal auf unser iPad. Wenn man es direkt von der Indie an will, auf der 90 ist, sollte man, also wenn man auf der 90 ist, sollte man, also wenn man auf der 90 ist, sollte man auf der 90 ist, sollte man auf der 90 ist. So, und dann gehen wir mal hier so ein Bamierschild, schöne Räumchen wieder mal. Da oben, einer von den Schautofahren läuft hier entlang. Als ich da habe, die Sprüche weiter rausgeschraube. Wie ist das? Jetzt noch mal ein bisschen, bis jetzt, bis jetzt noch, bis jetzt noch mal. Ich gebe nicht hin und bis jetzt noch mal die Sprüche oder die Neubles identities. So, dann hier wieder durch den Baumsturm, ja, und die Eier des Spielers, nicht voranlegen, weil sie ja ein Spiel zu finden, ja, aber, ich mein, früher oder später werden sie ja das so kennen, die dann, auch wenn sie zwölf sind, besonders wenn sie zwölf sind, dann fangen sie an, in das Papier zu kommen, wenn sie überfallen soll, ob der Boden von einem Spiel hier sind, ja, sieht, dass er in der Scheinstaat immer mehr in der Schreckensflöte, ist alles ein bisschen duster, und hier der Schaf, ja, sieht langsam aber sicher ausgereist, so, jetzt kann man hier auch noch den Fußplatz nehmen, nein, kann man leider noch keine Platz annehmen, kein Problem, dann gehen wir an der Seite über die Schlufter, die die Versäuchung oder der Schader geflogen hat, ja, die Schmacht, bis zu was, die Versäuchung, die ich ganz lange habe. Dann gibt es so, dass ich noch die Eier, die Schmacht, die Schmacht, anwesendt. Also, die Oberflogen, die Bwitze Was ich mir da auch einfach leiden muss. So. Wenn jemand arm hat, würde ich die Schlange mit rücken. Das heißt, hm, ich glaube nicht. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann diesen Zauber noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, wait, wait, wait. So, right here. Haben wir leider noch ein bisschen. Okay. Jetzt haben wir ja schon genug. Oh, das ist ja. 6,000 gold. Ich kann noch ein bisschen mehr haben. Ja. Wir müssen noch mal wieder hochkommen. Wenn wir mal wieder hochkommen. Wir haben zwar so ein... Lufthunk genommen. Wenn wir mal mal da oben drauf haben. Auf der Mauer. Ah, von. Es tut mir einfach, ich glaube nicht mehr eiche. Oder wir können innen. Ja, da sind wir nicht mehr eiche. Ja, wir brauchen jetzt noch nicht mehr. Es weißt? Wir lassen uns jetzt. Wir lassen uns jetzt nicht mehr so hochkommen, was wir nicht mehr hier anbieter sind. Ich werde mich selbst nicht mehr anbieter sind. Ich werde mal etwas anbieter sein. Es wird jetzt nicht mehr anbieter sein. Es wird ja noch ein paar. Den kann man so rund 40.000 werden, was man getroffen ist, oder so. Die Augen sind hier herrlich. 42.000, wenn ich jetzt so durchkriege, dann kriege ich mal hier die ganze Schreckenswürde und die Schreckenswürde dann weiter zurückkriegen. So. Weitert hier oben, werde ich mal in der Stücke. Ich wünsche schon mal hier oben wieder runterkommen. Wenn ich jetzt zu jetzt bin, oder ob da irgendein Weg geht, da hochzukommen. Wenn ich jetzt die Wächter habe, würde ich das machen und das anstellen wollen. Wenn da jetzt nicht ein Weg nach oben ist. Da zugleich steht. So, genau so. Da brauch ich mich. So. Wir sind die Wächter auf der Mauer. Mhm. Bleibt wachsam. Sprecht. Da haben wir so die Spänne, bitte. Also, was ja wichtig ist, ist Tempo und Meisterschaft. Erstmal Tempo, dann Meisterschaft, dann Trick. Gucken wir mal zuerst mal was mit unserer Wachersatzung. Na ja, nehmen wir kurz an. So, mach mal. So, jetzt hier wieder runter abseilen. Einen abseilen, ne? Diesmal nicht in die Toilette, sondern hier. Da gibt es kein Pferchen. So, und jetzt sind wir hier. Ja, die Krabbeln zu der Mauer hin. Dann sollen wir da in die Pferde. So, und jetzt noch mal hier ein paar Eier verbrennen. Nicht unsere eigenen, sondern die hier. Gut, dass mal hier, dass nicht hier so viele rumlaufen mehr. Warte, ich zündel mal da mit an. Noch nicht bereit. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Das bläht immer noch offen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Hey. Okay. So, jetzt haben wir jetzt alle klein lange. Ich ziehe auf die Tür. So. Guck mal hier auf. Mal hier noch ein paar kleine Eierchen. Eichchen kann ja nicht hinziehen. Okay. Endlich. Ich bin außer Reichweite. Noch nicht bereit. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Das lädt immer noch offen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So liegt er. Das ist zu weit entfernt. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel. pacing. Mal hier. Das sind Fähigkeit. Ja. Vielleicht haben Sie schon 127 Folgen für uns gerade! So, die war ich noch nicht. So, was gehört dann? Wir haben ja schon. Ich kann das noch nicht gut. Wunderbar. Ah, wozu, wozu. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Hier noch ein bisschen. Anklemmen. Also. Stopp. Did I do? Nun? Okay. Das ist zu weit entfernt. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht verstanden. Ich kann diesen Zauber noch nicht missen. Dann suchen wir den nach, weil der Gefühl ist, ob man ihn wieder versteht. Schon sind wir noch nicht gekommen. Gefangen. Wir wurden geschützt. Nein. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Nein, nein, nein. Ah, so. Bisschen angekommen. Wir dürfen nicht zögern. Die Mauer darf nicht fallen. Hütet euch vor dem Westwind. Wir sind die Schwerter in den Schatten. So, da oben ist unser Teil. Das ist ein Ziel. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht verstanden. Aber ich bin Platz. Da wäre der, der da ist. Das lädt immer noch aus. Ich kann das noch nicht tun. Und das ist ein Ziel. Ich kann das noch nicht tun. Wir müssen die Schwerter in den Schwerter in den Schwerter anbringen. Und abwenden wir ein Checker Ring. Okay. Hup, hup, hup. Hup, hup. Hup. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. 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 Hup, hup. 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 Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Jetzt kommt die Reise rein und dann kommt alles drauf an. Dann legen wir mal los! Muss man immer schön hier den Passatien vor den Füßchen werfen. Oder Käferbeinchen. Sperma greift an! Dann drückst du mir das Bein von mir an. Dann drückst du den Passat, um sie zu verlangsamen. Ja, komm. Ich muss näher heran. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Dann drückst du den Passatien. 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 Das legt immer noch aus. Sie halten Ihre Stellung! Schickt Luftunterstützung! Krieger! Zermalmt diese Schmechlinge! Ernehmt den Krieg! Krieger nähern sich! Fokussiert eure Angriffe! Ich muss näher heran! Da kommt man nix wachen! 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 Der Zauber ist noch nicht bereit! Sie halten Ihre Stellung! Schickt Luftunterstützung! Schickt Luftunterstützung! Dann kommt man nix wachen! Ich bin 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 nix wachen! Schickt Luftunterstützung! Alter�� Zeroidgebraut Schickt Luftunterstützung! So sei es! Ich kann diesen Zauber noch nicht sehen Well a Sphe said Bei dem Aufwand hat er den Film ja letztes Mal wir drauf Schauen wir es ist wieder hinter dem Wie beim anderen auch Na hier kann man sich nicht hinter dem stellen Wir sind ja Schnelley Oh, danke schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja die wir haben ja schon alles wir brauchen doch nicht mehr zu machen wir sind die wächter auf auf die Mauer auf die Mauer jetzt ein kleines Ando wir müssen noch nicht so gut die Mauer Lass mich mal sehen eine 30 Sekunden Zündschnur Habe ich 30 Sekunden gesagt? Ich bin Schnell Ihr müsst die Belagerung beenden so 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 Der läuft und läuft mit dem Ding an, der soll stehen bleiben, ich kann nach dem Verein gehen, mit Läufer. Ich werde dich liefern zu tun, mit Schaffung, bei so nem Schein es immer. Ich werde dich liefern zuem, aber es wird mich nichtryовать. Kindert ist die SeeLEY AG wird nie gustaría, aber da der Sonne ist schon jetzt nie immer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich kann das noch nicht tun. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Ich muss den Ausdauer reißen. Ich bin noch nicht verraten. Ich habe genug Energie. Das lädt immer noch nicht. Ich bin noch nicht so. Wir haben ein bisschen ausgefunden, aber ich wollte es so krass haben. Das ist jetzt gut. Ich bin zufrieden. So sehr. Ich bin außer Reitweite. Ich kann das noch nicht tun. Ich bin außer Reitweite. Zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Zu weit entfernt. Hier sind wir alle für Spreiber und hier. Das bedeutet, dass wir hier noch nicht ausgeschöpfen haben. Aber das brauchen wir hier. Wir haben hier noch eine gute Reihe. Ja, in dem Video bin ich nur am Gain und am Rutschen. Ich mache hier einen Film, damit wir jetzt noch nicht gänzen. Ich habe hier noch einen Film, aber ich habe hier noch nicht gemacht. Viel Spaß haben wir nicht. Ich habe hier noch eine Minute, ich habe hier noch eine Minute. Ich habe hier noch einen Film. Ein Film, wie sieht man? Was ist im Film? aber er ist noch nicht bereit Das ist eine große Herausforderung. Die Schraube ist noch nicht verraten. Die Schraube sind nicht verraten. Die Schraube ist noch nicht verraten. Der Schraube ist noch nicht verraten. Das ist mein Räumen. Wir haben eine Berichterstattung nach einer Armee geschlagen. Aber ich muss nicht mehr da sein, und nicht mehr schwebt das Kappler. Das ist mein Räumen. Der Schraube ist noch nicht verraten. Ja, das ist mein Räumen. Die Schraube ähnet. Das ist mein Räumen. Die Schraube haben nur den Taubter. Die Schraube sind ein riesiges Müller an. Die Schraube ist eine berichte. Die Schraube ist schner. Das sind meine Schraube. Die Schraube sind nicht verraten. Die Schraube ist nicht verraten. Das ist die Opa. Noch nicht bereit. Zauber ist noch nicht bereit. Schadronnstück. Schadronnstück. Der Schadronnstück. Alles wieder schon drauf gekommen. Wenn wir hören wollten, dann haben wir gesagt, also passiere. Und jetzt wieder zu hoch. Noch nicht bereit. Anders noch zu tun, das ist immer noch auf. Noch war noch nicht mehr. Alle zu sehen. Nein, wir tun. Was war er, was war er, was war er? Ja. 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 Ich werde schon mal Hartz 4 gehen. Hartz abzuziehen. Oh, we like to watch him, man. So we like to watch him. So, we are going to see he is passing. And he is that tells us you know how he was amazement. I got the medication up and down. Dann hat ich euch mal viel Spaß mit dieser Folge, wünscht euch euer Yoshi und der Naruto. Ciao, ne, ciao.